Die meisten Menschen bestehen zu 60% aus Wasser. Aber bei einigen von uns liegt der Anteil weit darüber. Ah, hey Ladies. Nettes Auto. Ah, danke. Nettes Fahrrad. Der Gewinner des Seacliff Amateur Surfcups ist Jimmy Kelly. Lass uns saufen. Ich kann nicht glauben, dass du davon leben kannst. Überall Surffotos schießen sieht nicht nach richtigem Job aus. Verrat's aber keinem. Mr. O'Reilly hat mir eine Beförderung angeboten. Das ist fantastisch. Wann geht's los? Gar nicht. Ich sagte ihm, dass ich es nicht mache. Ich hab andere Pläne. Sind die legal? Ja, wir haben es die ganze Zeit schon vor Augen. Sieh dir morgen mal an. Wie eine gut gehölte Maschine. Ach komm. Ein Naturtalent. Sie konnte die Augen nicht von mir lassen. Sie wollte rausfinden, ob du mein Bruder bist oder mein Dad. Das ist entweder der Beginn von was Coolem oder der Anfang vom Ende. Ich hab deine coolen Hippie-Freunde im Auge und jetzt hab ich auch ein Auge auf dich. Verstanden? Wir sind von außerhalb. Außenseiter. Wir werden es nie zu was bringen, solange wir in den Garten raussetzen. Also werden wir expandieren oder aussteigen. Dazwischen gibt's nichts. Du kannst den Mann nicht besiegen, indem du der Mann wirst. Die Jungs sind wie Tag und Nacht, wenn's um Geschmack und solche Sachen geht. Er hat unsere Familie in Gefahr gebracht. Dich, Mom und mich. Ja, nur du machst einen guten Job. Ich... Hey! Wo sind wir nur gelandet? Er sieht nicht mal aus wie ich. Dann müssen wir was ändern, Junge. Du und Jimmy, ihr seid wie Yin und Yang. Der eine ist überhaupt nichts ohne den anderen. Wenn wir uns anpassen, überleben wir und ziehen weiter. Hast du's verstanden, Bruder? Jim, wenn du da draußen bist... Oh, ich weiß, was du sagen willst. Kein zweiter Platz. Ich wollte eigentlich das Gegenteil sagen. Geh da raus. Geh in die Welle. Nur darum geht es. Was wir haben, kann man nicht kaufen. ...Mann noch zu wissen. Vielen Dank.